Vielen Dank. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank 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 you. He's the chief minister of the state. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Jelai Lama, the most revered leader of the world and India in particular. Dr. Lokgang Kange, the Thai Minister of the Tibetan College of Government, and Tibetan government in exile, and all ministers of the Tibetan government in exile, and all ministers of the Tibetan government, and all the dignities were gathered here across the world to pay homage to his holiness, to the Jelai Lama on Israel. I joined them in extending heartless congratulations and wishing happy long life to the Jelai Lama, who lead not only the Tibetan people in Tibet and also in exile, but also the unity at large. Dr. Jelai Lama, Toyota's Und dann? Oder ist es? Wenn es! Es ist auch eine ganze Arbeit, die sich dazu folgt, es geht, die Nähe der einzelnen Menschen zu kommen. die er wie möglich ist. Das war der Grund, dass wir in diesem Jahr ein paar Stunden über die Erlösen haben, die wir in den ersten Jahren nicht mehr haben. Wir haben hier die Jahre, während wir in den ersten Jahren, während der Fransch-Mürgültere die Menschen mit dem Künbanken betrieben, Das ist eine große Herausforderung, die wir hier in den Köln haben. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Der Mann, der er im Internet baut, ist nicht möglich, aber der sagt, ob es schrecklich ist. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wir haben uns auch die Reise ab. Wir haben die Reise ab. Wir haben die Reise ab. Wir haben die Reise ab. ...ads sogenannt, also ... ... im Leben derreuferung, die noch für die ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Und die dann sieht man, dass die Fische Schlaf ansches, dass sie wie diese Kostache abbringten, die Dinge wurden, diese Kontrolle zu schüren. Die Kinder, die Kinder in den Haaren sind, die nicht nur die Mama kommt da, die nicht nur die Kostche, die nicht nur die Leute an der Kostche zu machen. Ich bin mir vor 죄송ene, dass sie die Köpfe oder die Kostche, dass sie nicht nur diem Kostche geben, Die Handelskirchen hat es sich schon an, denn der Körner hat es sich schon an, dass sich die Handelkirchen, die wir in den Taten wollen, und es ist dann ein bisschen auch erlaubt, dass wir die Handelkirchen, die sich über die Handeln von der Körnerin hat, was wir an, dass wir die Handelkirchen und die Handeln haben, die einfach nur gewonnen haben. Die Handelkirchen hat es sich, wenn man sich um den Körneren dass wir die Handelkirchen die sich um die Handelkirchen Das ist eine große Herausforderung. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Yourself, Your Holiness, the important messages that you have as Indigenous peoples around the world, as Indigenous peoples in North America, and as Indigenous peoples in Canada, and Indigenous peoples in my own small community, where I come from, in Northern Canada, we always have by the hell of a boat. Well, two weeks ago, the National Truth and Reconciliation Commission issued a report after seven years of talking to Indigenous peoples across Canada, and came to the conclusion that there was a very important part of history of Canada that need to be understood. The truth they determined was that the efforts of past governments in Canada attempted cultural genocide. Yet we survived as peoples because we held on to our beliefs, to our teachings. But the issue of the reconciliation of the future that we need to work together to find solutions that are so important to all of us. So, with that, your Holiness, a very small gift to help celebrate this important occasion of your 80th birthday. My birthday was on July 8th. My birthday was on July 8th. I'm really happy to know that yours was on July 6th. We're very close. So, with that, there's a pair of handmade mockishes that were made by a 94-year-old elder in my village. These you can wear to keep your feet warm in the winter, and you can put them on in the summertime to keep your feet cold. This is a gift on behalf of the First Nations in Canada. It's a blanket called Star Blanket. And it's these, the original designs are made by the wife, the sisters, my wife and her sisters. The original among the only peoples in North America who do weaving, who do blankets and weaving and clothing. And they want us to offer this as a gift as we do in the tradition of our people. We honor our hosts by putting the blankets around them. And I want to, I want to be able to, to honor you in that regard. So, with that, thank you so much for, for allowing me to say a few words. Thank you very much. Vielen Dank. 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 ... 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 Es gibt die Dinge, die wir, die wir, die wir, die wir, die wir. Das ist eine große Herausforderung. Vielen Dank. Applaus 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 Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018